Musik Wir sind heute natürlich beim Shooting auch in einer sehr, sehr coolen Location im 25-Hours-Hotel in Frankfurt. Und ja, ein wichtiges Thema, um das es geht, wo bleibt der Aufzug? Er sollte sich eigentlich öffnen. Und wie ein Wunder, der Aufzug öffnet sich. Ein cooles Thema für diesen Herbst sind nämlich die maskulinen Schuhe, also eigentlich typische Herrenschuhe, die dieses Jahr von den Mädels getragen werden. Um dem ganzen Look so ein bisschen Feminität zu verleihen, weil es ist ja immer wichtig, den Stilbruch zu machen, finde ich es sehr cool, wenn zum Beispiel diese maskulinen Derbys oder auch Budapester dann mal mit Lurex-Söckchen kombiniert werden. Das macht das Ganze so ein bisschen charmanter, femininer und sorgt auch für einen neuen Touch. Wozu trage ich die Schuhe? Ich kann sie im Grunde zu allen tragen, zu Jeans, ich kann sie aber auch zu Glenn-Check-Hosen, zu Nadelstreif tragen. Es ist so ein bisschen dieser Old-Money-Shake, der aber so ein bisschen ironisiert rüberkommt. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020